Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wie letzte Woche angesprochen, wollen wir uns heute nochmal ausführlich mit Atani beschäftigen. Wir machen heute ein Step-by-Step-Tutorial, wie ihr euch einen Account erstellt, was ihr dort alles machen könnt auf Atani etc., wie ihr die Börsen verknüpfen könnt mit dem Steuertool Portfolio Tracking etc. Das gehen wir heute alles Step-by-Step durch. Ja, ich kann euch im Vorfeld schon mal mitteilen, das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Bleibt bis zum Ende dran. Atani ist komplett kostenlos und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, für diejenigen, die vielleicht das letzte Video verpasst haben, da hatte ich es kurz angeschnitten auf jeden Fall, worum es geht. Atani ist letztendlich eine All-in-One-Plattform, wo ihr alle Börsen miteinander verknüpfen könnt, wo ihr auch traden, also kaufen und verkaufen könnt. Ihr habt gleichzeitig ein Steuertool, also per One-Click-Funktion könnt ihr euren kompletten Steuerreport ausdrucken. Ihr habt die Möglichkeit zum Portfolio Tracking. Ihr habt TradingView Pro kostenlos und ja, alles in allem ist die Plattform komplett kostenlos. Also es ist wirklich sehr, sehr genial. Ihr braucht da auch wirklich absolut keine Angst haben bei der Anmeldung. Es gibt auch im Nachhinein keine versteckten Kosten oder so. Ihr werdet da in keine Falle oder sowas gelockt, also wirklich keine Sorge. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, das zu nutzen. Es ist wirklich sehr, sehr einfach zu handeln und ja, man hat wirklich dann alles an einem Ort. Insbesondere das mit den Börsen finde ich einfach sehr, sehr interessant, weil mir persönlich es einfach mega auf den Sack geht, dass ich mich auf drei, vier, fünf verschiedenen Börsen oder sogar noch mehr immer unterschiedlich anmelden muss. Wahrscheinlich dann auch noch immer mit unterschiedlichem Passwort, was man zwischendurch mal wieder vergisst. Und so hat man wirklich alles an einem Ort, kann sogar die Kurse miteinander vergleichen. Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Und ja, das ist einfach wirklich sehr, sehr genial. Kann ich nicht anders sagen. Gut, Link dazu ist unten auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Wenn ihr dort drauf klickt, solltet ihr sich im Regelfall dieses Fenster hier öffnen. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, euch, wenn ihr schon dort seid, natürlich auch einzuloggen. Ansonsten klicken wir hier einfach auf Anmelden. Ja, ich werde gleich sämtliche Informationen von mir natürlich immer zensieren, weil meine Daten gehen natürlich niemandem was an. Aber so sieht das Ganze dann aus. Wenn ihr euch natürlich neu anmeldet, das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Ihr gebt eure E-Mail-Adresse ein, euer Passwort, müsst das Passwort nochmal bestätigen. Dann bekommt ihr eine Bestätigungs-E-Mail. Da müsst ihr dann draufklicken und dann könnt ihr das Ganze auch downloaden. Also, dass es wirklich als Datei zur Verfügung steht. Das kann natürlich auch übers Handy laufen. Also, ich persönlich bin kein wirklicher Fan, Krypto-Trading, alles übers Handy zu machen. Dementsprechend, ich mache das immer sehr gerne über Desktop. In dem Fall nutze ich Windows. Für Mac sollte das aber eigentlich ähnlich funktionieren. Genauso ist es natürlich aber auch fürs Handy möglich. Wir gehen jetzt heute aber mal die Desktop-Version durch. Genau, sofern ihr das dann runtergeladen habt und euch dann auch eingeloggt habt, dann sollte im Regelfall euer Fenster hier so aussehen. Dort habt ihr dann hier oben die Möglichkeiten. Also, das ist jetzt quasi die Datei. Wie ihr hier sehen könnt, ihr seid dann immer automatisch noch im Demo-Modus unterwegs. Dementsprechend hier habt ihr auch ein Demo-Portfolio. Aber da könnt ihr schon sehen, dass das alles miteinander eben verknüpft ist. Ihr könnt auch auswählen, ob Euro oder Dollar. Welche wäre mir euch besser gefällt? Ich persönlich bevorzuge bei Krypto eigentlich immer Dollar. Dann habt ihr hier natürlich die gängigsten Coins. Ihr könnt sie auch suchen oder eben auch hier favorisieren. Das ist eine sehr, sehr coole Geschichte. Hier habt ihr automatisch auch den Chart, beziehungsweise in dem Fall ist es TradingView Pro. Was auch noch eine sehr geile Geschichte ist, da es kostenlos ist. Ihr könnt das komplett darüber nutzen. Denn normalerweise TradingView Pro ist kostenpflichtig. Und selbst wenn ihr sagt, ja hey, ich will überhaupt gar keine Charts analysieren, davon verstehe ich sowieso nichts. Ihr könnt ja zumindest hier die Charts beobachten und das ist, finde ich, auch schon viel wert. Denn wenn ihr eben kein TradingView Pro Account habt, sondern das in einer kostenlosen Version macht, dann könnt ihr das zwar auch nutzen, aber euch fliegt alle 10 Minuten eine Werbeanzeige entgegen, was ich persönlich einfach super nervig finde. Von daher kann man das trotzdem darüber sehr, sehr gut nutzen. Ist also auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte. Gut, dann können wir hier natürlich auf Chart klicken. Dann wird das ganze Bild nochmal vergrößert. Und wir können beispielsweise den Bitcoin-Chart, den Ethereum-Chart, ja gut, USDT macht jetzt nicht ganz so viel Sinn, aber XRP-Chart und so weiter alles auswählen. Theoretisch haben wir dann ja natürlich auch die Möglichkeit, mit den ganzen Tools hier das zu analysieren. Das würde aber definitiv für heute den Rahmen springen. Ja, um Trading-Analysen als solche soll es nämlich heute nicht gehen. Es soll wirklich um die Plattform Atani hier in diesem Fall gehen. Gut, ja, dann habt ihr hier noch die Möglichkeit, auf Portfolio zu klicken. Dort habt ihr nämlich dann automatisch Portfolio-Tracking. Der trackt automatisch alles von den Börsen hier in dem Fall. Und das Schöne ist, wie wir die Börsen einrichten, da kommen wir gleich noch zu. Wenn ihr hier nämlich den Pfeil runterklicke, dann seht ihr auch, wie viel Ethereum ist es hier in dem Fall, ihr auf den unterschiedlichen Börsen gelagert habt. Da sehen wir zum Beispiel von diesen 20.000 hier, das ist in dem Fall natürlich ein Demokonto. Davon sind 62% auf Qcoin gelagert, 23% sind hier auf Coinbase und 15% davon lagert man hier in dem Fall auf Huobi. Ja, also ihr habt wirklich die Möglichkeit, alle Börsen hier miteinander zu verknüpfen und habt in dem Fall hier immer euer Gesamtportfolio, was wirklich sehr, sehr geil ist. Weil, wenn ihr natürlich irgendwie Geld auf 8, 9 verschiedenen Börsen gelagert habt, dann habt ihr gar keinen genauen Überblick, ja, wie viel Geld habe ich denn jetzt eigentlich insgesamt. Und in dem Fall müsst ihr das auch nicht mehr selber mit Excel oder sonstigen Tools dokumentieren, sondern ihr habt das wirklich hier in dem Fall einfach alles an einem Ort. Also das ist wirklich eine sehr, sehr geile Geschichte. Na, und wie ihr hier schon sehen könnt, also das ist wirklich eine Ein-Klick-Funktion quasi. Ihr müsst euch um dieses Portfolio-Tracking überhaupt gar nicht kümmern. Das macht das Tool alles automatisch. Ja, ihr müsst dann hier wirklich per One-Klick-Funktion, könnt ihr hier draufklicken und der gesamte Steuer-Report für alle Trades, die ihr getätigt habt, werden dort gespeichert und runtergeladen. Also das ist wirklich einfach, es ist wirklich einfach. Es ist super einfach, es ist eine sehr, sehr geile Geschichte. Ich habe bisher nichts gefunden, was ich besser oder einfacher finde in dem Fall. Also es ist wirklich sehr, sehr genial. Ja, dann können wir hier auch einmal auf Börsen klicken. Dann wird uns auch noch angezeigt, welche Börsen zur Verfügung stehen. Und wie ihr hier sehen könnt, falls ihr zum Beispiel komplett neu seid, habt ihr sogar noch die Möglichkeit, hier rüber dann auch Rabatte zu bekommen. Also falls ihr auf Binance, Bitfinex, Huobi, Qcoin, was auch immer noch gar nicht angemeldet seid, bekommt ihr hier tatsächlich nochmal einen 10% Rabattcode für die Trading-Fees in dem Fall. Also ist wirklich sehr, sehr genial. Ist natürlich unterschiedlich von Börse zu Börse. Kurz vorweg gesagt, mit Bitpanda und Crypto.com, das hatten zum Beispiel einige gefragt. Diese stehen noch nicht zur Verfügung. Betonung nicht aber auch noch. Ich habe dort auch mit dem Marketing-Manager gesprochen. Das ist auf jeden Fall auf der Watchlist. Crypto.com und Bitpanda, wann, wie das hinzugefügt wird, keine Ahnung natürlich. Aber da wird auf jeden Fall dran gearbeitet. Ich bin zum Beispiel auch ein sehr großer Fan von Crypto.com. Von daher, dass das in Zukunft auch noch hinzugefügt wird, ist natürlich dann eine sehr coole Geschichte. Gut, ja, das auf jeden Fall zur Erklärung erstmal vom Layout von Atani. Es ist wirklich eigentlich, finde ich persönlich, sehr, sehr einfach, sehr, sehr übersichtlich. Es gibt nicht sonderlich viele Reiter. Ihr habt natürlich dann hier auf Einstellungen noch die Möglichkeit, dass ihr hier den Hell- oder den Dunkel-Mode bevorzugt. Ich bevorzuge in dem Fall den Dark-Mode. Da kann man hier die Erfahrung nochmal auswählen. Die Sprache natürlich, Portfolio, Steuern, Trading, Sicherheit, ja, dass ihr das Ganze natürlich auch noch mit einem zusätzlichen Passwort sichert. Geräte, Synchronisation, dass ihr zum Beispiel Desktop mit Handy und so auch synchronisiert. Das ist auf jeden Fall auch noch dazu. Also wirklich sehr, sehr übersichtlich, sehr, sehr einfach. Gut, dann gehen wir das jetzt gemeinsam durch, wie ihr nämlich eure Börsen mit Atani verknüpfen könnt, dass ihr auch wirklich alles an einem Ort habt. Gut, dann müssen wir in dem Fall hier auf die entsprechende Börse klicken. Wir fangen in dem Fall ganz klassisch einfach mit Binance an. So, dann schlägt er uns hier vor. Erstmal natürlich 10% Rabatt auf die Gebühren, falls wir noch kein Konto haben. Ich habe logischerweise schon ein Binance-Konto. Dementsprechend geht es dann hier um den API-Schlüssel und der Geheimschlüssel. Das müssen wir nämlich bei Binance dann jetzt einstellen. Gehen also einmal auf Binance. Wichtig vorweg nochmal, das kann sein, dass ihr Know Your Costume auf jeden Fall abgeschlossen haben müsst. Ich hatte dabei Q-Coin zum Beispiel nämlich einen Fehler, als ich das verknüpft habe. Da wurde mir am Anfang gesagt, dass es nicht funktioniert. Dementsprechend, da musste ich erst ein Know Your Costume machen, was für Q-Coin zum Beispiel nicht zwingend ist. Aber wenn ihr das verknüpfen wollt, muss das glaube ich gemacht werden. Ich bin mir dabei jetzt nicht 100% sicher, das werdet ihr dann selber erfahren. Gut, dann können wir hier einfach quasi auf unser Nutzerprofil klicken und klicken dann hier auf API-Management. So, dann öffnet sich natürlich hier der neue Reiter. Dann müssen wir das Ganze labeln, dem also einen Namen geben. In dem Fall nennen wir es dann halt einfach Binance Atani. Und dann Create API. So, dann müssen wir natürlich hier die Security Verification machen. Dann müssen wir das Ganze natürlich, ja, doppelte Sicherheit. Gibt es einmal den E-Mail-Code, einmal den SMS-Code. Das Ganze werde ich jetzt natürlich schwärzen, weil die Daten natürlich niemanden was angehen. So, dann klicken wir hier auf Submit. Und dann ist die API auch created. So, und hier haben wir dann nämlich unsere Daten. Das sind genau die, die wir kopieren müssen und dann bei Atani einfügen. Das heißt, wir klicken hier ganz normal auf Copy. Öffnen dann wieder Atani, geben das Ganze hier über den Schlüssel ein. Müssen dann auch natürlich den Secret Key kopieren. Und dann klicken wir hier auf Börse verbinden. Dann ist automatisch die Börse angeschlossen. Dann sagt er uns hier natürlich noch, dass wir es mit unseren Geräten synchronisieren können. Klicken wir einmal auf OK. So, dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, theoretisch auch ein zweites Binance-Konto zu verbinden. Wer weiß, wie ihr unterwegs seid natürlich. Grundsätzlich können wir das Ganze dann aber schließen. Und da sehen wir hier oben automatisch auch schon, dass hier Binance hinzugefügt worden ist. Ganz wichtig nochmal zwischendurch. Wir müssen dann hier bei Binance natürlich auch angeben. In dem Fall auf Edit einmal klicken. Dass wir hier nämlich auch traden wollen. Denn wir wollen ja schließlich hier über Binance auch traden. Oder beziehungsweise alles an einem Ort haben. Dass wir nur über Atani noch traden wollen. Und eben nicht extra die Börsen aufrufen müssen, um dort unsere Kauforder zu produzieren. Damit das Ganze für uns natürlich auch schneller geht. Das heißt, diesen Button müssen wir hier mit Enablen. Und dann haben wir das Ganze editiert. Und das Ganze funktioniert nun auch. Dann können wir hier einmal auf Portfolio klicken. So, dann sehen wir hier auch schon, das ist jetzt der Betrag, den ich noch auf der Börse liegen habe. Wie in vorherigen Videos auch schon erwähnt. Ich mache es immer so, dass ich den Betrag X voll habe. Und dann sende ich das Ganze auf die Börse. So, dann können wir nämlich auch hier runter gehen. Und einmal auf den Pfeil hier klicken. Dann sehen wir auch, ja 100% ist hier wirklich auf Binance gelagert. Weil wir haben jetzt natürlich auch nur Binance verknüpft in dem Fall. Sollten wir jetzt noch Qcoin, Coinbase, was auch immer verknüpfen. Dann hätten wir natürlich auch hier Qcoin, Binance, Coinbase etc. stehen. Und dann wird auch euch automatisch angezeigt, wie dort bei euch die Anteile sind. Und genau, dann hätten wir hier in dem Fall auch noch die Möglichkeit, weitere Börsen zu verbinden. Je nachdem, auf wie vielen ihr angemeldet seid und wie viele ihr dann natürlich auch verbinden möchtet. Wenn ihr sagt zum Beispiel, ja ich möchte nur Binance und Qcoin verbinden, Coinbase eher nicht so aus welchem Grund auch immer. Dann könnt ihr das natürlich dann so machen. Ja und falls ihr aus welchem Grund auch immer dann sagt, ihr möchtet das doch nicht mehr. Dann könnt ihr hier auch einfach auf den Haken klicken, hier die drei Punkte und auch sagen, löschen. Ja, ich möchte Binance in dem Fall nicht mehr mit Atani verknüpfen. Dann schmeißt ihr euch hier auch automatisch natürlich raus. Das ist gar kein Problem. So, wir können natürlich hier dann auch auf Traden klicken. Und das Schöne bei Atani dann in dem Fall ist natürlich, wie ihr hier schon seht, wenn ihr auf den File klickt. Dann seht ihr hier natürlich die unterschiedlichen Börsen und auch die unterschiedlichen Preise. Denn wir alle wissen ja natürlich, unterschiedliche Börsen, unterschiedliche Preise. Das ist, auch das variiert natürlich. Das macht nicht unbedingt viel Unterschied, manchmal aber schon. Und wenn da eben ein paar Dollar oder bei XRP zum Beispiel nur ein paar Cent Unterschied sind, dann kann das natürlich schon eine ganze Menge ausmachen. Wenn wir bei jedem Trade tatsächlich dann irgendwie ein, zwei Dollar sparen oder so oder auch ein bisschen mehr, je nachdem mit welchen Summen wir natürlich hantieren, ja dann kann sich das langfristig nämlich auf jeden Fall schon lohnen. Denn wir haben wirklich die Möglichkeit, hier dann direkt über den jeweiligen Account, die jeweilige Börse, direkt so schnell wie möglich einkaufen zu gehen. Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Ihr könnt dann beispielsweise einfach hier rüber gehen. Wir wählen jetzt einfach mal in dem Fall hier Ethereum aus. Dann hat er das hier auch automatisch in der Order drin. Und was ich sehr gut finde, ist, dass er das automatisch auch in die Market Order packt. Denn gerade bei Binance oder so ist es nämlich häufig so, dass er uns einfach erstmal in diese Limit Order schmeißt. Und ich habe das schon sehr, sehr häufig gehabt, dass ich, weil ich einfach schnell handeln wollte, das nicht gecheckt habe. Und dann habe ich eine Limit Order gesetzt, die dann einfach über Wochen lang nie ausgelöst worden ist, weil dieser Preis nicht erreicht worden ist. Das war relativ nervig. Von daher, das ist sehr, sehr cool. Ihr könnt natürlich, wenn ihr selber wollt, natürlich auch hier auf Limit klicken und eine Limit Order setzen. Also diese Möglichkeit funktioniert auch. Das ist sehr, sehr cool. Wir gehen jetzt hier in dem Fall einfach mal auf Market Order. Und auch dann können wir hier auswählen, ja, wo wollen wir denn das eigentlich kaufen oder verkaufen? Ja, wollen wir hier Qcoin, Kraken, Huobi Coinbase, Bitfinex. In dem Fall, ja, bin ich jetzt hier gerade wieder im Demokonto drin, weil ich jetzt wieder alles entfernt habe. Hier werden dann normalerweise natürlich auch nur die Börsen angezeigt, die ihr dann auch verknüpft habt. Ja, als Beispiel, wir wollen das jetzt in dem Fall über Qcoin machen. Und dann können wir hier eingeben, wir wollen beispielsweise auch was verkaufen. Wir wollen jetzt mal unser Ethereum verkaufen und so weiter. Und geben jetzt hier ein, ein Ethereum wollen wir verkaufen. Und dann wird euch hier ausgezeigt, was ihr dafür bekommt. In dem Fall ist das Pairing natürlich USDT. Wir können aber hier auch das in USDC oder sogar in Bitcoin tauschen. Also es ist wirklich super einfach. Wir wählen jetzt beispielsweise mal USDC aus und könnten dann in dem Fall auf Verkaufen klicken. Na, und so einfach ist das tatsächlich. Also so easy peasy funktioniert es tatsächlich. Also es ist wirklich eine sehr, sehr coole, einfache Plattform. Ja, das auf jeden Fall so zum Layout und den Funktionen und Möglichkeiten von Atani. Wir haben uns jetzt das Layout ein bisschen angeschaut, haben geguckt, wie man die Börsen miteinander verknüpfen kann. Wie dann das Portfolio Tracking automatisch aussieht. Wir haben die Möglichkeit per Einklickfunktion unser Steuerreport zu downloaden, unser Portfolio Tracking zu downloaden, dass wir das dann zur Verfügung haben. Also alles in allem ist es einfach wirklich eine sehr einfache Geschichte, eine sehr, sehr smarte Geschichte. Es ist alles an einem Ort, es spart wirklich sehr, sehr viel Zeit. Wir können gegebenenfalls auch noch Geld sparen durch Best, ja quasi eine Bestpreisgarantie, so kann man es eigentlich nennen. Auf den unterschiedlichen Börsen, wo man dann eben unterwegs ist, kann man sich immer für den jeweiligen Trade, den man machen möchte, den besten Preis gerade rauszuholen. Das ist wirklich eine sehr, sehr geile Funktion. Und wir haben wirklich endlich alles an einem Wort. Auch TradingView Pro haben wir wirklich kostenlos, dass uns dort, selbst wenn wir nicht analysieren wollen, wenn wir uns einfach nur den Chart angucken wollen, nicht ständig irgendeine blöde Werbeanzeige entgegenfließt. Es ist wirklich eine sehr, sehr geile Geschichte. Ja, ich hoffe, euch hat das Video natürlich wie immer gefallen. Ihr lasst ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt mir gerne auch nochmal Fragen in die Kommentare, falls für euch noch irgendwie irgendwas offen ist. Dann versuche ich euch natürlich so schnell wie möglich zu antworten und euch in dem Fall auch zu helfen. Nochmal gesagt, falls ihr noch nicht bei Atani seid, Link ist unten in der Videobeschreibung. Auch wenn ihr auf diversen Börsen gegebenenfalls noch nicht registriert seid, könnt ihr auch direkt über Atani euch dort verbinden und dort den Account erstellen und das direkt dann miteinander verknüpfen. Es ist wirklich gerade auch für Anfänger, es ist super einfach. Man wird, ja, von Beginn an an die Hand genommen, so gesehen mit einem Steuerreport, Portfolio Tracking. Es ist wirklich eine sehr, sehr geile Geschichte und nach wie vor, es ist kaum zu glauben, aber es ist wirklich kostenlos. Es gibt keinen Haken hier an der Geschichte. Es gibt keine versteckten Kosten in dem Fall. Atani ist durch Investoren gedeckelt, also ihr braucht euch da wirklich keine Sorgen machen. Da gibt es keine versteckten Kosten, keine Fallen. Damit verabschiede ich mich hier auch mit dem heutigen Video. Schreibt, wie gesagt, alles, was noch offen ist, gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.